Und hiermit herzlich zu Super Mario Wanda und warum trägt der Goomba oben eine Tortenmütze? Warum trägt der eine Tortenmütze? Und warum ist die Musik so leise? Ich glaube die Musik ist etwas zu leise. Ist das jetzt neu? Geht es so? Sonst mache ich das gleich lauter. Und hallo an alle Zuschauer, an alle Lurker, an alle Shatter. Herzlich willkommen. Nintendo bitte macht auf Ehre und verschont meinen Twitch Account. Danke. Ja, bei diesem Spiel ist es so, man kann den Account am Anfang nicht auswählen. Das kommt erst hier im Menü. Schon ein bisschen leise, ne? Ich glaube, ich lasse mal kurz etwas lauter. Ich glaube, das müsste besser sein. Lass einfach mal so auf, dann habe ich das jetzt. So. Mal sehen, wie lange ich an Spider-Man 2 sitzen werde, damit ich danach mit Mario Wanda starten kann, wer weiß. Also wir können als Mario, als Luigi, als Peach, als Days, als Gelber-Tort, als Blauer-Tort, als Toadette, als Yoshi, als Roter-Yoshi, als Gelber-Yoshi, als Hell-Blauer-Yoshi und als Mopsy spielen. Yoshis und Mopsy sind eben keinen Schaden, nutzen aber auch keine Power-Ups. Also Phoenix, falls du mal nicht weiter weißt, nimm Yoshi oder einen Mopsy. It's a me! It's a me, Mario! Willkommen im Blumenkönigreich. Es liegt gar nicht weit vom Pilzkönigreich entfernt. Mario und die anderen folgen einer Anleitung von Prinz Florian und reisen zum ersten Mal dorthin. Ich glaube, jetzt ist es wieder etwas zu laut. Passt das so von Stimme her oder ist das Game ein bisschen zu laut? Deutsche Synchro? Sag jetzt nicht, die haben ein deutsches Synchro. Die haben ein deutsches Synchro. Darauf komme ich jetzt nicht klar. Du bist doch minimal leiser. Ich glaube, das müsste passen oder so. Warte, ich bin mal ganz schlau. Test. Okay, das müsste passen. Ich höre mich selber gut. Okay, das müsste passen. Oh, ich komme nicht darauf klar. Deutsche Synchro. Hallo. 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 Aber ihr sprecht Englisch. Macht Sinn. Warte mal. Kann ich hier? Yahoo. So viele Besucher heute. Ich komme nicht drauf. Ich komme nicht drauf klar. Deutsche Synchro Leute. Dann bin ich da, wenn ich die Besucher jetzt mitusehen würde. Mhm. 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 A. 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 Und wie könnte es anders sein? Außer, natürlich, hätte er das gedacht. Oh, yo, 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 yo. Du, 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 du. Hilfe. War das nicht, die ich so hafizische Bowser? Wie konnte er unser Blumenschloss und die Wunderblumen stehlen? Umfassbar, dass dieser Kerl auf diese schlimme Art mit unserem schönen Blumenschloss verschmolzen ist. Damit darf Bowser nicht durchkommen, gar nicht auszudenken, was er alles anrichten könnte. Keine Sorge, Mario to the rescue. Wie, du möchtest helfen? Vielen Dank. Da komme ich gerne mit und weise dir den Weg. Nur einen Augenblick. Wann ist diese Raubbe süß? Ein Herz für Raupen? Ich mag diese Blume. Er glaubt an mich. Ja. Ja. Dann können wir das noch schaffen. Bild 1. Hörenfelsenwiese. Willkommen im Blumenkönigreich. Schwierigkeit einstellen. Oh, das ist doch perfekt. Da kann doch nichts schief gehen. Und los geht's. Und los geht's. Genau. Die Musik. Da, du, da. Uff, ich werde meinen Spaß haben. Da, du, da. Uff, ich werde meinen Spaß haben. Da, du, da. Oh mein Gott, ich bin Benjamin Blümchen. Ich hab ein Benjamin Blümchen, ne kleine Mario Elephant. Das heißt, was für ein Schläfchen? Ja. Ach, hab den Kummer mit meinem Brust wegge- ich mein so mit der Nase weggehauen. Mann. Das wollte ich nicht. Mann, kann ich kein Wasser spucken? Was für ein Schmarrn. Ich lieb's. Ich lieb's. Ba, du, ba. Die Pflanze lacht auch. Ja. Naja. Naja. Wihi. Oh, lu. Ich mag wie die pflanzen reden. Ich auch. Naja. 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 Oh Gott, was macht die Pflanze jetzt? Oh Gott. LSD Mario. hey kommt zurück okay ich mag es auch wenn es ein bisschen komisch aussieht sieht schon gleich creepy aus nein nein die röhrer wollte mich runterschießen immer gar nicht immer gar nicht klar wundersame halten okay was was das denn ja ich also ich bin mario blümchen und nicht mr krebs did you see you know okay i love it sogar mit bild prima wundersamen werden uns auf unseren abenteuer sehr nützlich sein sammeln wir doch noch mehr ich möchte einfach noch story genießen piranha pflanzen parade ich liebe paraden hintergrund feierblume kann ich hier rein nein kann ich nicht das die piranha pflanzen jetzt auch noch laufen ist wirklich so eine parade habe ich mir jetzt aber nicht vorgestellt so eine parade habe ich mir jetzt aber nicht vorgestellt okay die rotere sieht verdächtig aus oh gott ich bin immer doch und auch gott nein ich möchte meine elefanten mario bitte behalten aber das ist die erste münster okay so was hast du mir zu sagen also was mich hier wirklich an diesem spiel überrascht ist dass es eine deutsche synchro gibt vor dem büro laufende pflanzen irre was sprechende pflanzen sind ganz normal ja ich glaube nicht solange du nicht runterfällst ist alles in ordnung oh ne ich habe wieder nur umgedreht zur welt lass mich erst mal hier nach oben und auch nicht oh nein kein scrolling level hat sich ausgesungen oh mist oh gott was ist das hier kann ich ihn auch zerstören nein was zum enger ich bin überfordert mit der gesamten situation das kannst du laut sagen und tschüss singende pflanzen ich werde nicht mehr ich glaube jetzt habe ich wirklich alles gesehen singende pflanzen was kommt das nix das okay nichts wie hinterher ist das mit drüben na gut dann werde ich halt eben wieder okay da kriege ich röhre nicht dass hier irgendwo eine münze drin ist könnte ich mir vorstellen dass die entwickler so gemein sind ich bin Nein, du bleibst stehen, du bleibst stehen, du bleibst stehen, du bleibst stehen. Ich hab gesagt, du sollst zuerst bleiben. Aua. Okay, das war auch noch die erste Munster, okay. So, dann geh ich erstmal hier hin. Gibt es hier vielleicht noch ein Item für mich? Nein. Schade. Da, 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 da. Aua. Okay, jetzt muss ich meine Pflanze nehmen. So, weg mit dir. Ba du da. Boah, ich hab jetzt ganz Zeit diese Melodie im Kopf. Ba du ba. Hätte ich gerne wieder ein Item. Aua. Das kommt nach dem Pilz, ne? So. Dankeschön. Ja, du hast mich schon überrascht. Warum mache ich das? Oh Gott. Was ist hier mein Ziel? Ach so. Ich geh dafür nur rüber. Okay. Ich hätte aber gerne schon wieder ein Item. Das wäre echt freudig. Aber geht es Mario auch wirklich gut? Singet Blumen. Ah, ich würde nicht von weglaufen. Ich weiß ja nicht. Oho, das gefällt mir. Die, das Blumenschloss ist mein. Ja, ich bin das Blumenschloss. So viel Wundervolle macht. Andererseits glaube ich, dass es Bowser nicht wirklich gut geht. Ich spüre, wie ich stärker werde. Und stärker. Und noch stärker. Bald wird alles mir gehören. Okay. Dieser elende Bowser. Er wird doch alles verwüsten. Das lasse ich nicht zu. Wir müssen irgendwie zu ihm gelangen. Wie wär's? Man muss einfach da auf eine Plattform hinstellen. Ah, nehmen wir da vorne doch einen Propellerblüte, um zu ihm zu gelangen. Der drüben. Der drüben. Oder ist das?